Heute zeige ich mal, wie man in After Effects ein Gesicht tracken kann. Um ein Gesicht zu tracken, gehe ich hier rechts auf Tracker, markiere mein Video und gehe dann auf Bewegung stabilisieren. Dann sehen wir erscheint jetzt hier dieser Trackpunkt und den Trackpunkt kann ich verschieben, indem ich in das Innere vom kleinen Fee klicke und dann kann ich den Punkt mit der gehaltenen linken Maustaste verschieben. Es gibt verschiedene Punkte, wo wir das Gesicht tracken können. Das Problem ist jetzt hier bei diesem Nasenloch, wenn die Frau sich bewegt, dass jetzt hier in diesem Bereich das Nasenloch wahrscheinlich nicht mehr gut getrackt werden kann und deshalb brauchen wir irgendeinen Punkt, der immer sichtbar ist. Hier zum Beispiel das Auge kann ich auch nicht ganz perfekt tracken, weil jetzt hier das Auge zu ist, ich meine den Augenapfel. Die Augenbraue ist eigentlich immer im Bild, da schiebe ich dann meinen Tracker hin, passe die Vierecke einigermaßen an, dann gehe ich mit meiner Timeline ganz nach vorne, passe meinen Tracker nochmal an und gehe dann auf Vorwärts analysieren. Jetzt sehen wir, wird die Augenbraue getrackt und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier auf Anwenden klicken, Dimensionen XY passt und wenn ich das Video jetzt abspiele, dann haben wir dieses Video. Das Problem ist jetzt hier diese transparente Stelle und da könnt ihr dann einfach auf das Video klicken, S für Skalierung und auf 120 und wenn ich das Video jetzt abspiele, dann habt ihr euer Gesicht getrackt. Das war's, danke fürs Zusehen und tschüss.